Max Verstappen holt sich die WM-Führung zurück, Maximilian Götz krönt sich zum DTM-Sieger 2021 und Matthias Walkner führt derzeit bei der Rallye in Marokko. Das und noch mehr sind Ihre Themen bei Ihrem wöchentlichen Motorsportmagazin auf KRONE TV. Herzlich Willkommen zu Boxenstopp. Natürlich auch wieder mit einem Experten an meiner Seite, Ritchie Köker, das Formel 1-Wochenende mitverfolgt und deshalb sitzt er heute Montag auch hier. Servus. Servus Martin, hallo. Ein sehr spannendes Rennen, nach wie vor der Zweikampf, der spitzt sich langsam aber sicher wirklich zu und Verstappen holt sich die WM-Führung zurück. Sechs Punkte vor Hamilton, was sagst du? In dieser Saison wird zum bereits vierten Mal die WM-Führung gewechselt. Jetzt ist der Max momentan wieder oben auf, aber Garantie dafür, dass er bis zum Schluss bleibt, gibt es natürlich keine. Der Luis ist eben dicht auf den Fersen. Ja, Luis Hamilton, der hat eine etwas eigene Taktik angewendet gegen Ende des Rennens, wurde dann von seinem Team auch in die Box geholt. Würde vorschlagen, wir schauen zunächst mal in die Highlights von Servus TV. Im Istanbul-Park auf Nasa-Strecke gehen alle 20 Fahrer auf dem Intermediatreifen ins Rennen. Mercedes-Pilot Valtteri Bottas verteidigt die Führung gegen Max Verstappen. In einer intensiven Anfangsphase berühren sich Pierre Gasly im Alfa Tauri und Altmeister Fernando Alonso, der wenig später Mick Schumacher rammt. Luis Hamilton, von Platz 11 gestartet, pflügt sich durchs Feld. Er bleibt aber an Red Bull-Pilot Sergio Perez hängen. Einen kurzen Schreckmoment erlebt Sebastian Vettel, der als einziger den Wechsel auf Trockenreifen wagt. Doch eines ist klar, Slicks sind heute kein Thema. Luis hingegen versucht, ohne Boxenstopp ins Ziel zu kommen, will alles riskieren und mit demselben Reifen durchfahren. Doch das Team geht das Risiko nicht ein, holt ihn an die Box und er bekommt einen neuen Satz Intermediate. Das Podium damit außer Reichweite. Es ist ein taktisches Rennen, ein Reifenpoker, den am Ende Valtteri Bottas für sich entscheidet und seinen zehnten Karriereerfolg feiert. Zweiter wird Max Verstappen vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Verstappen führt nun in der WM mit sechs Punkten Vorsprung auf ihn hier, Luis Hamilton, der schlussendlich Fünfter wird. Am Ende ist Valtteri Bottas also der siegreiche Pilot beim Grand Prix von Istanbul. Richard, sein insgesamt zehnter Grand Prix-Sieg. Der Finne wechselte auch im Sommer zu Alfa Romeo. Möglicherweise sein letzter Sieg in seiner doch großen Karriere? Würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehen. Man hat so in Sochi gesehen, wie stark er ist, wie befreit er auffahren kann, nachdem dieser ganze Vertrag hin und her endgültig erledigt ist, seinen Vertrag eben bei Alfa unterschrieben hat, fährt er befreit auf und du hast jetzt wieder gesehen, es war vom Valtteri ein perfektes Wochenende. Das muss man von Anfang an wirklich klipp und klar sagen, weil er stand auch wirklich unter Druck. Zuletzt gab es in den sozialen Medien sehr, sehr viel Kritik an ihn, viele Fehler gemacht. Er hat dem Luis nie helfen können und jetzt hat er gezeigt, was er wirklich kann. Vom ersten Training an war der Mann der Schnellste, war im Rennen dominant, was das Reifenmanagement betroffen hat, seine Strategie, sein Gefühl, sein Speed. Es war einfach ein perfektes Wochenende. Ich glaube, besser geht es nicht, als was der Valtteri da gezeigt hat und wir werden auch noch später darüber sprechen, das Duell Hamilton gegen Verstappen kann natürlich auch dem Valtteri in die Karten spielen, dass er die eine oder andere Chance wieder nutzt. Also vom letzten Sieg würde ich noch nicht sprechen. Also Valtteri Bottas jetzt gegen Ende der Saison auch wieder in Höchstform, aber auch Verstappen, um zumindest ihn mal ins Spiel zu bringen, hat auch gesagt, er konnte sein Auto nicht mehr zusätzlich pushen und der Speed war ganz klar auf der Seite von Mercedes. War Verstappen wirklich so chancenlos, wie er argumentiert? Ja, es war eine Strecke. Auch das hast du von Anfang an gesehen. Der Istanbul-Park kommt dem Mercedes sehr entgegen und sie haben auf den Geraden bis zu 15 kmh verloren. Also Red Bull auf den Mercedes, das ist natürlich ganz schwierig. Also da muss sich Red Bull sicherlich was einfallen lassen, um eben näher heranzukommen. Eine Möglichkeit wäre natürlich, wenn man das Chassis ein bisschen noch optimieren kann, respektive man muss es optimieren, weil so findest du die Geschwindigkeit nicht. Also das wird noch ein hartes Stück Arbeit für Red Bull. Trotzdem waren es die Plätze 2 und 3, denn auch Sergio Perez ist aufs Podium reingefahren. Also ich glaube, am Ende des Tages kann das Team rund um Helmut Marko zufrieden sein mit den geholten Punkten. Also sie haben in den letzten drei Rennen, die ja für beide, weder für den Luis noch für den Max, perfekt geendet haben, gezeigt, dass sie das Maximum herausgehoben, das Optimum herausgeholt haben. Und dem Sergio Perez haben sie jetzt wieder gezeigt, dass sie eine Bomben Nummer 2 haben. Aber wir haben es schon gerade vorher gesagt, der Walter Rebota als Nummer 2 wacht jetzt auch noch so richtig auf. Also das wird zwischen den Vierfahrern mittlerweile schon sehr interessant werden noch. Und auch Sergio Perez, der hat vor allem Luis Hamilton das Leben eine Zeit lang sehr, sehr schwer gemacht. Wie wichtig war auch seine Rolle in diesem Rennen, um für Stappen dann vielleicht auch den zweiten Platz zu sichern? Das war ihm ganz, ganz enorm wichtig. Das ist genau das, was Red Bull braucht, was auch der Max braucht. Einen Menschen, der sich hinstellt und sagt, Luis, ich bitte dir die Stirn. Und das hat er gezeigt, diese eine Aktion, wo sie Rad an Rad gefahren sind, war ja fast abgebogen in die Boxengasse. Aber er hat nicht nachgegeben, er hat richtige Entschlossenheit gezeigt. Er hat gesagt, Luis, ich bin da, an mir kommst du nicht so leicht vorbei. Das hätte sich Mercedes wahrscheinlich vom Walddreh im Laufe dieser Saison ein paar Mal gewünscht. Das hat er wirklich perfekt hinbekommen und ist dann belohnt worden natürlich mit dem dritten Platz. Podium, Hut ab, war Sergio Perez. Und Hamilton, der steht am Ende des Tages mit leeren Händen, unter Anführungsstrichen, da nur der fünfte Rang. Sechs Punkte Vorsprung jetzt für Stappen in der WM-Wertung. Wir wissen ganz genau, im Qualifying hat er gezeigt, dass er der schnellste Mann auf dem Circuit ist, aber dann um zehn Plätze zurückversetzt worden. Wie schwerwiegend war das Ganze auch dann im Endeffekt für ihn, weil die Aufholjagd war ja nicht fulminant. Es war schwerwiegend. Man hat gesehen, wie schnell der Mercedes ist, anhand von Walteripotas. Wäre der Luis auch in der ersten Reihe, vielleicht auch in der zweiten Reihe gestanden, glaube ich, hätte man nicht viel diskutieren müssen, wer dieses Rennen gewinnen wird. So war es für ihn natürlich schwierig, wenn du hast Leute wie einen Alonso, wie einen Leclerc, wie drei Bullen, unter Anführungszeichen, mit dem Gasly, mit dem Zunoda und mit dem Sergio Perez. Wenn du die alle noch vor dir hast, da muss ich einmal vorbeikommen. Und das war nicht leicht, aber der Luis hat gezeigt, mit viel Kämpferherz, mit viel Kampfgeist, es funktioniert. Und er kam der Spitze ja immer näher. Dr. Wolf, der hat auch zwischenzeitlich betont, dass er nach dem Rennen Fehler eingesteht in der Kommunikation, dass sich das vielleicht auch noch optimieren muss. Würdest du da eher mit einem Fahrer dem Team, den schwarzen Peter, zuschieben, kann Luis Hamilton in seiner Position sagen, ich bleibe mit meinen aktuellen Reifen auf der Strecke. Warum hat das Team dann auch so reagiert? Das ist wirklich eine gute Frage. Und da glaube ich, können wir jetzt wahrscheinlich endlos diskutieren. Auf der einen Seite hast du den Luis, der sich gerne auf seinen Instinkt verlassen möchte, auf sein Bauchgefühl. Das hat ihm gesagt, ich fahre hier durch, ich probiere das mit dem Reifen. Wie der Reifen ausgesehen hat, das haben wir beide gesehen. Da war von Profil keine Rede mehr. Wie viel Gummi da jetzt wirklich noch drauf war, kann uns am besten wahrscheinlich nur einer von Pirelli sagen. Ich sage, es war nicht einmal ein Millimeter mehr. Also ein, zwei Runden und der Reifen wäre kaputt gewesen. Auf der anderen Seite hast du das Team. Das Team hat das große Ganze in dem Headquarter um sich. Sie haben Überblick über alles, was die Konkurrenz macht, was das eigene Auto betrifft, wie die Rundenzeiten sich verhalten haben. Und man hat gesehen, der Luis hat dann gegen Ende rund eineinhalb Sekunden verloren, auch auf den Pierre Gasly, der als Sechster-Zwei-Plätze hinter ihm gewesen ist. Jetzt, du musst eine Entscheidung treffen. Mercedes hat gesagt, okay, wir gambeln ein bisschen. Bleiben wir draußen, fahren wir durch. Hoffen wir, dass vielleicht die Strecke auftrocknet, dass wir dann ihn noch einmal reinkommen können, gleich aufs Licks wechseln. Dann hätte er wahrscheinlich vielleicht sogar mal einen Sieg mitfahren können. Oder wir holen ihn halt irgendwann rein. Es war eine schwierige Entscheidung. Luis wollte draußen, wollte seinen dritten Platz nicht hergeben. Und Mercedes hat aber alles gesehen. Und ich bin mir fast sicher, dass der Toto und seine Crew recht behalten haben, ihn hereinzuholen. So hat er zwar die zwei Plätze verloren, ist er nur Fünfter geworden. Aber ich möchte mir gar nicht vorstellen, was wäre passiert, wenn er draußen geblieben wäre und hätte plötzlich nur mehr drei, zwei oder ein Rad gehabt. Das ist ganz, ganz schwierig, diese Entscheidung zu treffen. Wichtig ist es für alle, dass diese Kommunikation zwischen dem Fahrer und dem Team von Rennen zu Rennen einfach optimiert, verfeinert wird. Es muss sich jeder auf jeden zu 100 Prozent verlassen können. Dass der Luis nachher frustriert war, ich kann es verstehen. Klar, der kämpft um jeden Punkt, will jeden Punkt haben. Aber ich erinnere mich, vor zwei Wochen in Sochi war es ja ähnlich so. Und der Luis wollte ja damals auch draußen bleiben, weil der Landon Norris damals gemeint hat, ich fahre durch den Regen, ist es egal. Und was ist passiert? Mercedes hat ihn reingeholt. Und nach dem Rennen hat der Luis dann auf einmal gesagt, es war ein Geniestreich vom Team. Also es wird sich dann schon wieder einspielen. Im Moment nicht am Podium zu sein, nur Fünfter, war für den Luis frustrierend, verstehe ich. Im Endeffekt, glaube ich, die Entscheidung war richtig. Das Einzige, was man vielleicht noch sagen könnte, ist, dass man den Luis vielleicht gleichzeitig mit Verstappen und Bottas hereinholen hätte können. Also ein bisschen früher, ein paar Runden früher. Aber das ist alles Wenn und Aber. Ein Blick in die Glaskugel. Nutzt niemanden was, es ist so ausgegangen. Ich glaube, es wird sich alles wieder einspielen. Und im Endeffekt sage ich, ja, Mercedes hat die richtige Entscheidung getroffen. Das Team. Man muss ja auch betonen, dass vor allem im Team festgestellt wurde, dass eineinhalb Sekunden pro Runde dann hergegeben werden. Also wenn man das dann aufsummiert auf ein paar Runden, dann ist die Entscheidung vermutlich auch wirklich richtig gewesen. Nochmal der Vergleich zwischen Landon Norris und Luis Hamilton, die in einer ähnlichen Situation waren, wo es halt um wichtige Punkte ging. Der eine unerfahren vor dem ersten Grand Prix-Sieg, der andere siebenfacher Weltmeister. Wäre aus deiner Sicht dann mehr Entscheidungsrecht auf seiner persönlichen Seite? Ein Luis Hamilton, weil er eben Erfolge eingefahren hat? Oder kannst du es auch nachvollziehen, dass ein Landon Norris dann ein Sturschädel sein darf? So, dass ich es rausbringe. Ich finde, als Rennfahrer darfst du ein Sturschädel sein. Beim Luis hat man ja schon öfter in den Jahren zuvor auch gemerkt, wenn der Luis gesagt hat, definitiv, ich bleibe draußen, egal was passiert, dann hat das Team auf ihn auch gehört. Der Lendo, so wie du angesprochen hast, ein unerfahrener Mann, ist damals in Sochi meines Erachtens nach nicht herein befohlen worden, sondern man hat versucht, mit ihm zu kommunizieren, zu sprechen. Was hältst du davon, rein oder nicht? Das ist für einen jungen Rennfahrer, glaube ich, von Team her ein kleiner Fehler gewesen. Dass die Rennfahrer alle draußen bleiben wollen, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Das ist alles oder nichts. Also, Luis Hamilton auf dem fünften Platz gelandet. Einen anderen routinierten Mann würde ich auch noch gerne ins Spiel bringen, nämlich Fernando Alonso. Das war nicht unbedingt sein Rennen, denn schon in der ersten Kurve hat er sich dann mit Pierre Gasly in einen Zweikampf erwickelt und sich ausgedreht. Und dann kam so die unfreiwillige Revanche, obwohl er sich im Nachhinein entschuldigt hat, bei Mick Schumacher. Was sagst du zu ihm? Hat er ein bisschen overpowered? Wollt er da vielleicht ein bisschen zu viel und hat dann auch noch den Falschen erwischt? Das ist bei so einem Rennen, wo die Strecke feucht ist, die Verhältnisse wirklich sehr, sehr schwierig waren für alle Fahrer. Die erste Kurve ist in jedem Rennen vorentscheidend, mitentscheidend, vorentscheidend. Und der Fieinander wollte natürlich, weil er das ganze Jahr schon gezeigt hat, er ist wieder da. Er ist am Weg wieder zum Alten. Ich erinnere mich nur an das Duell in Budapest gegen Herrn Lewis. Er war fantastisch. Der ist in Hochform, der ist motiviert bis in die Zehenspitzen. Also bei der Situation, es war ein Dreikampf, Perez ganz innen, Gasly in der Mitte und dann ist der Fernando dazukommen. Ja, okay, dann hat es ihn halt hinausgedreht. Was dann passiert ist, aber auch wahrscheinlich wieder dem Rennfahrer gehen geschuldet. Er ist halt wütend wieder zurück auf die Piste gekommen und hat den Mick abgeschossen. Das ist ganz klar sein Fehler. Er hat es auch zur Kenntnis genommen. Er hat noch keinen Ausreden gesucht. Er hat gesagt, er hat sich entschuldigt bei Mick, aber es wird weitergehen. War das eine klassische Alonso-Reaktion nach so etwas? Oder ist das nur, weil es der Sohn von Herrn Schumacher war, dass er sich dachte hat, in den Medien kommt das vielleicht ganz gut an, wenn ich mich offiziell und offensichtlich entschuldige? Ein heißblütiger Spanier, Alter. Ich meine, es passiert. Es war ein Rennunfall, der auf die Kappe vom Fernando Alonso geht. Abschließend vielleicht noch auf Mick Schumacher zu sprechen zu kommen. Das zweite Mal in der zweiten Runde der Quali oder beim Qualifying dann aufgekreuzt. Daniel Ricciardo ist zum Beispiel nicht mit reingekommen. Ist er auf einem guten Weg? War das jetzt wieder so ein statistischer Ausreißer? Wo siehst du Mick Schumacher am Ende dieser Formel 1-Saison? Ja, man sieht, er hat seinen Teamkollegen komplett im Griff. Das Haas-Auto wird nicht stärker. Was ihnen natürlich auch entgegenkommt, sind halt solche Mischverhältnisse. Regen, feucht, trocken. Da machen andere auch Fehler unter Druck. Und der Mick hat das souverän genutzt. Hat seine Chance wirklich beim Schopf geparkt. Ist in das Q2 hineingekommen. Bravo, tolle Leistung. Nur weiter so. Ein anderer Deutscher, der durfte sich über ein persönliches Familienglück stattdessen freuen. Nein, Formel 1 wird nicht gefahren in der kommenden Saison. Aber mit dem Papa-Kinder-Wagerl wird er wahrscheinlich durch die Gegend gewirken. Nico Hülkenberg. Erstens einmal wahrscheinlich Gratulation von deiner Seite. Absolut. Und wäre er noch ein Kandidat oder so, als den täglich in der Formel 1 ganz gerne einmal sehen? Also, vorerst noch einmal, alles Gute, Nico. Wirklich gratuliere. Ein süßes Töchterchen, wie wir gesehen haben. Mir tut es persönlich leid, Nico. Er ist ein Bombenrennfahrer. Aber heuer, also heuer, respektive für die Vertragsverhandlungen für 2022, spielt da leider keine Rolle mehr. Also, bei Alfa Romeo ist jetzt plötzlich noch einmal Oscar Piastri jetzt ins Rennen gebracht worden. Neben dem Chinesen, den du so gut aussprechen kannst. Shun Chui. Ja, so in die Richtung. Ja, genau. Und Theo Poucher sind drei Kandidaten. Noch lässt man sich bei Alfa Zeit. Der Fred Waschauer sagt, wir haben Zeit, wir haben keine Eile. Wir müssen alles überdenken. Das neue Reglement 2022, das ist noch offen. Also, das wird sicher noch eine Zeit lang dauern, bis das Cockpit besetzt wird. Ja, und das wird dann der Teamkollege von Valtteri Bottas, der also diesen zehnten Grand Prix-Sieg in seiner Karriere eingefahren hat. Wir kommen zu einer anderen Rennserie und dürfen uns da auch über ein Fotofinish mehr oder weniger freuen, mit leichter österreichischer Beteiligung. Denn Lukas Auer hat einiges dazu beigetragen, dass am Ende des Tages der 35-jährige Deutsche Maximilian Götz jubeln darf. Zur Ausgangslage vor den letzten beiden Rennen am Norrisring. Dritter Platz für Götz, Liam Lawson, ganz klarer Favorit. Und dahinter ein Südafrikaner, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, Calvin van der Linde. Bringen wir mal vielleicht die beiden Rennen ein. Zwei Siege für Götz, das war bitter notwendig, dass er überhaupt eine Chance hat. Also, ich glaube, die Buchmacher haben nicht mehr daran geglaubt. Nicht nur die Buchmacher, ich glaube, auch die sogenannten oder selbsternannten Experten, zähle ich mich auch dazu. Also, ich habe dem Maxi Götz keine Chance mehr gegeben vor diesem Finale. Er war, glaube ich, über 25 Punkte hinten. Und dann ist, wenn wir gleich darauf zu sprechen kommen, das Worst-Szenario passiert sowohl für den Ferrari von Liam Lawson, als auch für den Audi von Calvin van der Linde. Wobei man eins sagen muss, ich im letzten Rennen in der Startkurve so dermaßen brutal hineinzugehen und den Titelfavoriten, den Führerinnen, den Gesamtführenden abzuschießen, ist eigentlich äußerst unsportlich, würde ich schon sagen. War das für dich dann berechtigtes Karma gegen Ende des Rennens, dass sich ausgerechnet van der Linde seinen Hinterreifen aufschlitzt im Privatduell gegen Maximilian Götz? War das dann ausgleichende Gerechtigkeit, wie man so schön sagt? Ja, ausgleichende Gerechtigkeit profitiert hat der Dritte. Also, Liam Lawson hat nichts mehr tun können. Ich fand es einmal prinzipiell auch von den Rennkommissären nicht richtig, das lediglich mit einer Fünf-Sekunden-Strafe zu ahnden. Also, da hätte meines Erachtens eine viel härtere Strafe hergehört. Lawson war dann aus dem Rennen, van der Linde hat lange gekämpft gegen den Maxi Götz. Du sagst Karma, ja. Es war wahrscheinlich dann zu aggressiv, hat sich den Hinterreifen aufgeschlitzt damit und war auch selbst aus dem Rennen. Ausgleichende Gerechtigkeit, habe ich schon gesagt. Glaube ich nicht, weil Liam Lawson hätte es sich verdient. Die Fahrweise des Calvin van der Linde, über die, glaube ich, wird man noch länger diskutieren. Lawson selbst hat gemeint, einer der unfairsten Sportler, den er, glaube ich, je auf der Strecke als Gegner gehabt hat. Ja, auch das ist Rennsport. Mercedes hat sich freuen über den Gewinn der Fahrerweltmeisterschaft, also der Fahrermeisterschaft, der Markenmeisterschaft. Wir haben alles gewonnen nach der Formel E. Was noch fehlt, ist dann der Formel 1-Titel. Aber können wir uns da auf eine hitzige Schlacht in der kommenden Saison freuen, aufgrund dieses sehr, sehr überraschenden Ausgangs jetzt? Also sollten die beiden wieder gegeneinander antreten, dann werden da die Funken wieder sprühen, davon kann man ausgehen. Also, Maximilian Götz, ein Deutscher, ist der lachende Dritte und holt sich den DTM-Sieg 2021. Ein Österreicher liegt derzeit an der Spitze der Marokko-Rallye, Matthias Walkner, ein alter Bekannter, der wieder zu ist. Noch ein Wort, sollten wir noch ein Wort sagen? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Über den Lukas Auer. Ah, stimmt, den haben wir fast vergessen. Lukas Auer, übrigens beim zweiten Reden, gut, dass du mich erinnerst, Zweiter geworden und hat dann natürlich den Funkspruch erhalten und Maximilian Götz den Vortritt gelassen, weil ich glaube, am Ende waren es drei Punkte, die er dann verlassen gelegen ist. Auch zu seiner Saison vielleicht nochmal rückblickend, umso länger die Saison gedauert hat, desto besser ist er geworden, unser Herr Auer. Ja, also man muss sagen, es ist gar nicht auszudenken, wenn der Luki von Beginn an diese Leistung gebracht hat, wie in den letzten fünf, sechs Rennen. Da war er der dominante Mann. Also für mich war er wirklich die Nummer eins der zweiten Saisonhälfte. Mit den Siegen in Assen, mit dem Sieg in Hockenheim. Und auch, in Wahrheit hat er dieses Rennen jetzt am Norris-Ring auch gewonnen. Er hat es klar dominiert. Schon im ersten Rennen hat man gesehen am Start, er wäre auch vorbeigekommen, er wäre durchgeschlupft, wenn nicht Van der Linde und Losten auch hier schon kollidiert hätten und den Luki eingesperrt hat. Das war Pech. Aber man muss sagen, eine wirklich eine großartige Leistung vom Lukas über die gesamte Saison. Dass Schwankungen da sind, ich weiß nicht, Schwankungen, glaube ich, haben wir beide, haben wir alle in unserem Leben irgendwann. Das Problem im Sport oder im Motorsport ist halt einfach, dass du mit einer Stoppuhr einen gnadenlosen Gegner hast. Der zeigt dir halt immer auf, okay, zwei Dreizehntel, das ist zu viel. Aber wie gesagt, er hat sich erfangen und gegen Ende der Saison die Nummer eins im deutschen Turnwagen-Masters gewesen. Ein bärenstarkes Finish von Lukas Auer also in dieser DTM-Saison und auch bei der Sporthilfe Gala wird er ja mit dabei sein und dann auch gegenüber Corona. Die Frau ein Statement abgeben. Wie glaubst du, ist sein Ausblick auf die kommenden Monate? Wird er sich jetzt einmal entspannen, runterkommen und dann wieder voll losstarten oder ist er momentan so sehr drin, dass er sagt, ich wirke nicht mehr außer aus dem Flow? Ja, der Luki ist so ein Typ, der wird am liebsten wahrscheinlich am nächsten Wochenende schon wieder einsteigen. Aber es wird ihm wahrscheinlich auch eine Pause gut tun und wir werden uns freuen, wenn er zu uns ins Studio kommt. So sieht es aus. Lukas Auer also in Kürze dann auch hier im KRONE-TV-Studio, wo wir dann auch die Saison nochmal Revue passieren lassen. Jetzt kommen wir zum nächsten Österreicher. Matthias Waldner, Erstrangierter bei der Marokko-Rallye nach der zweiten Etappe der 19-Sekunden-Vorsprung auf seinen nächsten Kontrahenten. Bedeutet aber auch, dass er die nächste Stage eröffnen muss. Dein Resümee zu den ersten beiden Tagen, ist er dort das Maß aller Dinge, wird es noch ein Husanritt? Man muss sagen, du merkst bei Matthias, dass er von Tag zu Tag oder von Stunde zu Stunde, die er länger auf seiner Karte eben sitzt, immer besser in Schwung kommt, sich anders navigieren, wieder anders Tempo gewöhnt. Und was mich halt total beeindruckt hat, ist, wenn du mit ihm sprichst, wie motiviert, wie entschlossen er auch ist. Er hat erzählt, er war ein paar Kilometer, ein paar Kilometer, 600 glaube ich, sind sie gefahren, ein paar Kilometer davon, hat er nicht seine hundertprozentige Fähigkeit aufs Motorrad bringen können. Da war ich nur bei 96, 97, hat er gesagt. Dann hat er mit sich selber geschimpft, geredet, er muss sich mehr motivieren. Also der Mann, der Mann, der ist zerfressen von Ehrgeiz, der will gewinnen und der kommt wieder top hinein. Ob er ist, wenn er starten muss in die dritte Etappe, als erster, klar kann dir so ein Navigationsfehler in diesen Dünen, kann schon passieren, aber ich halte ihn eigentlich für stark genug, dass er das durchaus ins Ziel bringen kann. Also wieder ein wichtiges Wörtchen hier, um den Sieg bei dieser Rallye mitreden. Cornecho ist, glaube ich, der engste Verfolger derzeit mit 19 Sekunden Rückstand. Der gilt als Navigationskünstler. Wie schwierig ist das dann auch mental zu verarbeiten, wenn man weiß, man hat jemanden im Genick sitzen, der vermutlich ein bisschen eine bessere Orientierung auch noch hat? Also ich selber war nur einmal live dabei, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, an irgendeinen Konkurrenten zu denken. 600 Kilometer durch die Wüsten, über Stock und Stein, also du bist so selbst mit dir selber beschäftigt und mit deinem eigenen Motorrad, dass du die Gegner, glaube ich, komplett außer Acht lassen kannst. Also Matthias Wagner, der muss auch routiniert und gut genug sein, dass er diesen Moment abschalten kann, um nur für sich selbst da zu sein. Abschließend noch die Vorschau auf MotoGP, auch da war es zumindest spannend bei den letzten Rennen, ein Marc Marquez, der zumindest mal wieder gewonnen hat, aber der Zweikampf zwischen Quartararo und Bagnaglia ist vermutlich entschieden. Trotzdem ist es das letzte Heimrennen von Valentino Rossi, jetzt habe ich einige Namen genannt, beginnen wir gleich mal beim letzten Heimkampri in Misano, wo sie jetzt auch noch die Zuschauerplätze ausgeweitet haben, damit es ein großes Abschlussfest wird. Was erwartest du? Ein Fahnenmeer, Alarossi? Ein absolutes Fahnenmeer, er hat ja schon gesagt, beim letzten Rennen in Italien, er hat schon Gänsehaut gehabt auf der Zielgerade, wenn er vor seinen Fans gefahren ist. Also das wird sicher ein richtiges Spektakel noch werden, ein richtiges Abschiedsfest für den Wale. Er hat es sich verdient. Leid tut es mir ein bisschen, dass er nicht konkurrenzfähig mehr ist. Das muss man sagen, er hat den Zenit jetzt schon überschritten. Aber dieses Fest, das gönnen wir ihm alle noch. Vielleicht hat er auch die Chance, dass er vielleicht eine gute Platzierung schafft. Und zumindest nochmal allen Danke sagen kann für doch 20 Jahre Motorsport. Ich glaube, da muss man den Hut sehen, verletzungsfrei durchgekommen unter Anführungsstrichen und zumindest keine bleibenden Schäden. Der Zweikampf habe ich schon angesprochen, Quartararo bei Niaja ist entschieden, außer es passiert genauso wie in der deutschen Turnwagen Masters. Glaubst du daran, dass auch da eine Überraschung noch möglich ist? Oder ist Fabio Quartararo zu gut unterwegs? Im Gegensatz zum deutschen Turnwagen Masters wird sich kein Dritter freuen können. Also es wird einer von den beiden sein. Wobei ich deiner Meinung bin, ich glaube, die Sache ist für den Quartararo erledigt. Er ist zu dominant, zu konsequent. Oder wie soll ich sagen, er fährt einfach immer auf dem gleichen Level. Er holt eine Spitzenposition nach der anderen. Also es müsste schon etwas Außergewöhnliches passieren, dass Panjaya noch rankommt, respektive ihn sogar noch überholen kann. Marc Marquez, zum Abschluss noch, der derzeit Siebenter in der Wertung ist, also ein bisschen zurückliegt, aber zumindest jetzt in Austin wieder gewinnen konnte. Wo siehst du in der Zeit, ist er wieder zurück, um in die Spur zu finden, um dann auch nächstes Jahr wieder anzugreifen? Also er ist sicher auf dem richtigen Weg, aber man hat auch in Austin, das ist seine Strecke, da hat glaube ich acht Rennen, da gab es bis jetzt so siebenmal, hat er dort gewonnen. Also der kennt dort glaube ich jeden Kieselstein. Aber man hat auch an seinen Aussagen gemerkt, er ist noch nicht hundertprozentig fit. Er hat noch Schmerzen, er hat vor allem geklagt darüber, dass er zwischen Bremspunkt und Scheitelpunkt in der Kurve nicht so richtig das Motorrad einlenken kann, nicht richtig sliden kann. Er hat seine Schmerzen noch, er ist am Weg, wieder zurück zur absoluten Spitze. Aber ich glaube, die Winterpause wird ihm gut tun. Und 2022 werden wir wahrscheinlich wieder einen sehr, sehr starken Marquez sehen. Also wir können uns auf viel Motorsport freuen, allerdings erst in gut zwei Wochen dann MotoGP und Formel 1 auf ServusTV. Ritschi, zunächst mal vielen, vielen Dank für deine Expertise. Du bist dann nächste Woche wieder am Start, bis Stefan Burgsteller dann Ende Oktober wieder hier Platz nehmen wird. Und das war es auch schon wieder vom Motorsportmagazin Boxenstop hier auf KroneTV. Nur als kurzer Ausblick nochmal die Formel 1 dann am 24.10. auf ServusTV zu sehen. Der Grand Prix von Austin in Texas. Und wie gesagt, die MotoGP, der Grand Prix von Misano. Der große Abschluss mit Valentino Rossi ebenfalls am Wochenende um den 24. Oktober. Ritschi, bedanke mich nochmal. Schönen Abend. Dankeschön. Machen Sie es gut und bis nächste Woche.